Sarafina Wollny verabschiedet sich in ihre Babypause. Zur Geburt werden die Fans aber informiert. Sarafina Wollny, kurz vor der Geburt wird es still. Bald ist es soweit. Sarafina Wollny, 28, wird erneut Mama. Die zweifache Mutter und ihr Mann Peter, 30, können es nach wie vor kaum glauben. Dachten sie doch, dass Sarafina auf natürlichem Wege nicht schwanger werden kann. Kurz vor der Geburt braucht die Mutter der Zwillinge Emory und Kasai, zwei, vor allem eins, Ruhe. Bereits vor einigen Tagen herrschte auf ihrem Instagram-Account Funkstille, weshalb der ein oder andere vermutete, das Baby könnte bereits da sein. Doch noch befindet sich das Kind in Sarafinas Bauch. Lange dauert es allerdings nicht mehr, bis es das Licht der Welt erblickt. Aus diesem Grund hat Sarafina nun erneut und ganz offiziell eine Social-Media-Pause eingeläutet, um in die wohlverdiente Babypause zu gehen. Sarafina Wollny, Mama Silvia, wird über ihre Geburt informieren. So ihr Lieben, wir werden unsere Babypause einläuten, verkündete sie auf Instagram. Sorgen, dass sie die Geburt verpassen. Müssen ihre Follower sich jedoch nicht machen. Wenn das Baby da ist, wird Mama euch darüber auf ihrem Profil informieren. Beruhigte Sarafina ihre Fans. Und auch sie selbst möchte nicht ganz abtauchen. Wir werden euch hier und da privat mitnehmen. Aber es wird jetzt hier für die nächsten drei bis vier Wochen keine Werbung folgen. Das könnte bedeuten, dass das Baby schon bald zur Welt kommen wird. Immerhin befindet sich die 28-Jährige nun auch bereits in der 37. Schwangerschaftswoche. Dies stellte die Fans bereits vor ein Rätsel. Denn kürzlich hielt sich Sarafina noch in der Türkei auf. Viele Airlines nehmen Schwangere nur bis zur 35. Schwangerschaftswoche mit. Ob Sarafina in der Türkei entbinden wird, bleibt vorerst also noch ein Geheimnis. Doch wer weiß, vielleicht wird dieses schon bald mit der Geburt gelüftet. Doch wer weiß, vielleicht wird das Baby schon bald mit der Türkei entbinden wird, bleibt das Baby schon bald mit der Türkei entbinden wird.